Wir üben heute den Corkscrew. Corkscrew heißt auf Deutsch übersetzt Corkenzieher. Also Corkscrew. Am Anfang steht ihr breitbeinig da. Dann geht ihr mit dem rechten Fuß auf diese Seite. Also überkreuzt mit dem linken Fuß. Schaut, dass ihr euer Gewicht auf dem vorderen Fuß habt. Dann dreht ihr euch langsam ein und landet in der Hocke und habt immer noch das Gewicht auf demselben Fuß. Jo Leute, das war der Corkscrew. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Üben. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ihr es geschafft habt. Peace.